Hallo, herzlich willkommen zu meinem Kunstprojekt Eduarte. Ich bin klassisch ausgebildete Geigerin, wie man auch vorhin hören konnte, und seit drei, vier Jahren mache ich meine eigenen grafischen Bilder. Kreativität ist mir wahnsinnig wichtig und ich suche und ich habe schon einen Weg gefunden, wie ich mich dadurch auf eine andere Art und Weise ausdrücken kann. Ich reise sehr viel, komme sehr viel herum und kann leider meine Bilder nicht überall mitnehmen, klar. Und ich war auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, wie könnte ich eventuell diese Bilder zum Beispiel auf ein T-Shirt mitnehmen. Das liegt sehr nah, das kann jeder tragen und trotzdem ein wichtiges Element, ein Kunst-Element. Ich habe jemanden kennengelernt, Andreas Bosteller, der mich bei diesem Projekt sehr, sehr, sehr viel unterstützt. Ich glaube, ohne ihn wäre es sowieso nicht möglich gewesen. Und wir haben Druckerei angeschrieben, ich habe meine Fotos von ihm bekommen, also professionelle Fotos. Und so ist das entstanden. Und jetzt aufpassen, 100 Stücke möchte ich von diesen T-Shirts, Limited Edition. Eigentlich waren nur 100 Stücke, von Eduard der Kunstprojekte. Also 100 Stücke T-Shirts bestellen und sie würden 1500 Euro kosten. Also bei diesem Crowdfunding-Projekt bräuchte ich eure Hilfe. Ich hoffe, ich kann euch davon überzeugen, dass es ein super Projekt ist. Es ist ein Herzensprojekt, dass ich etwas dadurch bewegen kann. Und diejenigen, die von mir etwas bestellen, auch zu meinem größten Preis, das auch mitbekommen. Dieses T-Shirt mit der wunderschönen Violiner. Ein handgemalter Etikett, Limited Edition, nummeriert. Und grafische Bilder von mir, zum Beispiel hier der Musiker. Dann ein Abstrakt, großes Bild und klarerweise, ich werde einen Spezialpreis machen für sie. Dann hier ein Glücksei. Und das letzte ist hier da. Ist auch ein Fantasy Bild. Tschüss. Tschüss.